Ich hab die auch nicht gesehen. Ich auch nicht. Gut aufgepasst, oder? Ok, das ganze rechts um. Komm mir nach. Los, komm mir nach. Oh Leute. Wusste ich hier, dass ihr wisst. Oh oh, wir sind tot. Passt, passt. Passt, passt. Hat noch gereicht, Jungs. Das ist easy. Wir sind aufgestanden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Der Masse an Infanterie ist immer voll geil. Können wir versuchen in den Nackern noch? Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wir laufen weiter, wir laufen weiter, wir laufen weiter. Die sind gehalten, die sind gehalten. Ich weiß. Gehen rein, den Kugeln rein. Vorne halten, links oben. Die kommen. Abknien. Gut, die hat's doch gemarscht. Hinter uns ist der Kavalleristen. Ja, das ist wegen dem scheiß Kavalleristen. Hätte sonst funktioniert. Ich bin eingekesselt. Ah. Oh, sorry. Oh, damn. Zu viele. Oh, ich leb noch. Ach. Ah, jetzt nicht. Achtung, hinten der... Ja. Wir blättigen Raffen! Wir blättigen Raffen! Na gut, hätte der Kavallerist nicht gecharged, hätten wir den noch eine Salve reingedrückt. Oh, na gut. Hm. Wäre eng gewesen. Aber es hätte funktioniert. Ja. Haha. Danke. Und... Bis zum nächsten Mal.